Friendly Da ist ein Typ in der Endfield Da ist letztendlich, er geht grad in die Schule Ich hab halt nix, ich bin in Elektro Ich würde gerne zu dir kommen, weil mein Fahrrad ist Ist noch jemand? Oder noch ein anderer Player? Ich glaub schon Wie viel Essen hab ich jetzt schon wieder gefunden, ne? Ich hab gar nix, Kirche ist auch leer Oh Gott, kommen noch gar nicht viele Zombies in die Kirche, ich hoffe ich komm da raus schnell Ja Friendly, I have nothing Boom, Palt Das ist er, der hat auf Zombies geschossen Bis er Dann wollen wir das eben mit deiner Oh, muss man nicht das in der Feuerwehr machen, was ist da hier schon? Zwei Leute rum Farmen Aber Guckst es doch trotzdem an Ich schau trotzdem mal rein, vielleicht ist ja gerade was respawnt Oh, bisher ist hier wirklich komplett leer, nicht ein Item drin, ne Wird leer Wann wollen wir das euch machen mit deinen Spezialfolgen, die du geplant hast? Äh Die könnte man ja als Folge 100 so spezialmäßig reinbringen, aber dann müssten wir das jetzt bald schon mal machen Äh, keine Ahnung, zurzeit hab ich keine große Lust dazu Immer noch in meinem Kopf, aber Jetzt will ich nur, ne, nur Kuni weiterspielen und jetzt hier das normale Dann ist auch wieder Raid am Sonntag Naja, Denser, lasst euch gesagt werden, es wird noch ein Special auf euch zukommen Verrate nicht zu viel Ja, ich, wir sagen, verrate doch gar nicht zu viel Aber es wird ein Special auf euch zukommen, wegen der Folge 100 100 Folgen, schon mal was Wird auf jeden Fall, denke ich, ganz lustig Wird auf jeden Fall, denke ich, ganz lustig Kann nicht recht lang werden Ja Möglicherweise Wird so mal die Feuerwache in Cerno, beim Kraftwerk Leet Packs, warum? Ja, da ist schon wer drin Oder? Wie heißt da ein Zombie drin oder ein Komisch, sich komisch bewegen der Spieler Oh, der Uhrenknopf nochmal Oh, der Uhrenknopf nochmal Oh, das ist Oh Mh, Herr, wir haben kurz 10 nach 5 Oh So Soll ich mich auch mal zur Feuerwache begeben? Ich hatte ja am Kraftwerk Was, der, ähm Ist das am Kraftwerk in Cerno? Keine Ahnung Ich bin in den Elektro Ja, da kann ich ja nicht hinkommen Beziehungsweise da müsste ich ja ziemlich weit glauben Was du bei deiner Feuerwache machst, das kann ich ja nicht groß beeinflussen Ich habe nur laut gedacht Da ist auf jeden Fall nix drin Ja, der hat auf mich geschossen Der hat mich nicht getötet Ich habe das war nur mal im Markerauf oder so die auch mit der geschossen Bin verpackt Jetzt kann ich wieder rennen Bluton habt so ein bisschen am Arsch Das Zell gucke ich mir jetzt lieber nicht an Wo war denn, ey Was, was der gleich loslegt mit seiner scheiß Makaroff, ey Ich habe ihm nicht mal was getan Du mal Affe Das hat mir in Schrecken eingejagt, alter Meine Fresse Aber alles ist gut Also der Elektro ist irgendwie totgelootet Was das Militärbeloot angeht Und schon mal geht so Muss jetzt Was haben wir hier? Nichts Mindestens kein'n Sniper aber da schießt für Ach Gaylord Civilian Closing und da denkt man schon Yeah Genau wie ich hier war in den Bergs In den Bergs betrollt habe Weiß noch nicht Klavianer Naja Bestimmt das Civilian Closing Friendly, I have nothing Der ist hinter mir I really have nothing Ist er das? Wie viele Leute du schon wieder triffst Und mich schießen gleich wieder alle Ja Es ist nur ein Zombie Es ist nur ein Zombie Ja, aber da schießt der von hinter mir auf mich Keine Ahnung wo du schießt Unterhältst du dich jetzt schon mit Zombies? Ja, ich bin verrückt Ja Oh Yeah Oh mein, den Supermarkt auf der Mund ist Hier lag sogar auch noch Camo Closing rum Ja Immerhin Alter Du musst dir später im Video diese Matsch-Textur angucken von der Camo Closing Alter Ich bin so froh wenn das mit der Stayin' Alone ein bisschen besser aussehen wird Das sieht echt schlimm aus Jetzt, jetzt sehe ich wirklich gefährlich aus Ich habe nichts Ich habe nichts Aber hier habe ich nur so eine gammelige Marke drauf Deutschland? Warum? Okay Ah, noch ein Deutscher Ich stehe doch, ich stehe hier vor dem Eingang, wo wir denn Zombies stehen Jetzt habe ich ein paar Marsch, ich glaube mal den Supermarkt Ich habe nichts, ich kann dich gar nicht töten Ich weiß nicht, ob der mit mir redet oder ob er einen anderen Spieler anschaut und denkt ich bin, dass der redet Nee, sorry, ich bin gerade im Supermarkt drin Ich hatte dich nur reden gehört und hatte Angst, dass mich jemand im Visier hat Aber der Supermarkt wird auch gerade ziemlich voll Möcht ihr der Part hier nur im Supermarkt? Ja, okay Ja, ich schaue hier gerade nur überall durch, bevor ich irgendwann verdurste Die ganzen Feuerwachen und sowas ist alles leer Na ja, Party, wir versuchen zu überleben Ich habe ungefähr 10 Zombies in mein Haus gepackt und die werden mich jetzt gleich einkesseln Nicht so prägend ist, aber jetzt schießt jemand Boah, er schreibt, boah Und so viele Zombies ein Trick Ich bin in diesen, hoch oben in diesen Eckhäusern, weißt du schon? Ja, ja, ich weiß, was du meinst Und die kommen gerade die Treppe hoch, ich kann sie hören Jetzt habe ich eine Marke drauf gefunden, ohne Munition Ja, die liegt mit Double Barret ohne Munition Ja, ja, wir haben das gefixt Waffen spawnen jetzt nur noch mit Munition Ich habe nur gerade hier, gerade in dem Eckhaus hier drin Ich habe nur lauter Zombies drin Matches gefunden Oh Hat den leichten Ausweg gewählt Oh, er ist erst gestorben Er ist vom Schullach gesprungen Alter, es sind nicht viele Zombies Und im Eckhaus sind richtig viele Zombies Intelligent Ja, ich bin da jetzt gerade rausgerannt Ich bin jetzt gerade am Hopp Oh, auf mich schießt jemand Friendly, Friendly Friendly Von dem Krankenhaus, vom Krankenhaus her Jetzt bin ich tot Alleine nicht zu hören, das ist Er hat nur Scheiße gesagt Ja, irgendwie hat er uns erschossen, keine Ahnung Wir haben auch rumgelabert da Aber hey, er hat mich nicht zuerst erschossen Das ist doch schon mal ein Fortschritt, oder? Ja Das ist schon mal etwas Positiver Ja, weißt du, wir reden da so Und auf einmal renne ich so Und auf einmal höre ich nur so mal rechts von mir Schüsse irgendwie aus Ja Irgendwer mit, äh, ja, Enfield oder sowas in die Richtung geschossen Alter, wieso stehen hier so viele perfekte Zelte rum? Die sind eh alle leer Oh, und ich spawne in Three Rallys, ach du Scheiße Also links oder rechts? Weiß ich nicht, kann ich dir gerade nicht sagen Versucht man mich jetzt Die Feuerwache in Angriff zu nehmen Ähm, Three Rallys, ich meine das war Irgendwo Richtung Perizzino Kommt auch in die Straße, ist hier nämlich vor dem Ding Ähm Uh So, Feuerwache Mal gucken Na, Close Door Fuck Geht doch Ja, hier liegt nur eine Militäre Stadt drin, die bringt mir natürlich gar nichts Geht, da ist Westen Ja, ich bin nur hoch rechts auf der Karte gespawnt, gell? Oder? Ne, warte Ja, ich bin nur hoch rechts auf der Karte gespawnt, gell? Oder? Ne, warte Die Wolken fliegen nach Osten, oder? Mal nach Osten, ne? Osten meine ich, ja Genau, Richtung Perizzino, ob da mit der Karte steht Also ist da Osten, ne, ich bin Irgendwo ganz auf der rechten Seite gespawnt Nicht im Süden Auf der südlichen Küste, sondern in der Östlichen Küste Bin ich gespawnt, wie ich es gedacht hab Ach Spielst du nicht noch mit offener Karte? Was? Ne, mittlerweile kann ich mich so orientieren Zumindest das grob Weiß doch, wie ich mich am Anfang verlauft hab, wo ich dann stundenlang versucht hab, wieder zu dir zu kommen Ja, am Anfang ist die Map auch einfach übertrieben, da kommst du noch nicht klar Du musst halt erstmal ungefähr einen groben Überblick, Orientierung haben Ist wie im real life, wenn du dich da in eine fremde Stadt absetzt, da weißt du nicht, worum und unten ist Ah Ich bleib bei meiner M Wenn ich jetzt jemanden treffe, dann kriegt er mit Militärshot dann in die Fresse Ja, wir sollten uns dann irgendwann anders treffen, ich glaube es gab auch nach Perizzino Elektro, ich musste wieder nach Elektro gehen, da waren nicht alles, alles voll äh, Menschen und kein Loot Und da du bei dir schon alles abgrast Na, das war richtig geil Ich weiß, ich mich in Perizzino erköpfe und dann treffen wir uns irgendwie Na, ich geh doch zu den großen Häusern und dann guck ich vielleicht noch, wo ich mein Fahrrad nochmal aufgehoben bekomme Wer weiß, weil ich hab sich ja mittlerweile entbuggt, man weiß ja nie bei Daisy Also wenn ich... Ja genau, aber wenn nicht, dann muss ich halt laufen Weil ich lauf ja auch gerade Ja Meine AK hab ich zwar zurückgelassen, aber was soll man machen AK ohne Munition bringt einem halt nichts Ja, so siehst du zumindest nicht so gefährlich aus dann Ich weiß doch nicht, dass du wirklich gar keine Muni hast Die Leute schießen ja gleich so oder so Ja, die eine gerade nicht Aber ich dachte wirklich, dass ich wer anders wäre Was fragst du dich? Moment, schsch, schsch Ich hab vielleicht jemand mit dem Camo-Suit, ähm, mit dem Gili-Suit rumlaufen sehen Jetzt zieh mich in meiner Nähe Jetzt... Wenn er jetzt hier vorbeikommt, kriegt er voll in die Fresse Ähm, ich weiß nicht was ich grad sagen wollte, ich hab Fun verloren Wo ist er denn jetzt? War er doch gerade. Verdammt. Jetzt finde ich den Reifen, wo ich nicht an der Nähe ein Auto in der Nähe habe zum Repulieren. Aber wenn mal ein Reifen kaputt ist, dann finde ich nie einen. Ich schieße leer. Mit AK könnte gut sein, irgendwie sowas. Oh. Du musst ja weggelaufen sein, der Typ. Hast du schon infiziert? Infiziert? Ne. Warum soll ich infiziert sein? Weiß nicht. Du hast versprochen, dass du es mit Infizieren oder es dir gewünscht hast am Anfang von der Aufnahme. Nö, ich habe nur geguckt, ob wir uns infizieren. Ich habe nicht gesagt, dass ich das will. Falls für die Leute, die es nicht wissen, wenn man jetzt in einem unabgekochtes Wasser trinkt, man kann jetzt auch ungekochtes Fleisch trinken, äh, essen. Erst trinken, genau, schon wieder. Ja, du kannst das Fleisch trinken und dann kannst du dir halt eine Infektion zuziehen. Dafür gibt es jetzt deutlich viel mehr Antibiotika. Tja, natürlich bei dem GGS-Schüler mich ziemlich nervös gemacht um die Schüsse. Aber irgendwie ist er futsch. Ne, dann gehe ich jetzt gleich direkt nochmal zu meinem Fahrrad. Ich bin gerade bei der Tankstelle, wo wir jetzt erst das Auto gefunden haben. Uh, und steht da was? Äh, eine Tankstelle steht da. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, oben ist, glaube ich, keiner. Aber ich genieße die Nostalgie. Die Nostalgie von... Ja. Wie lange ist es her? Drei, vier... Eine Mord unserer Erinnerung. Ist das die Definition von Nostalgie? Ja. Amt war alles besser, wo wir ein Auto hatten. Da hat uns auch so ein Typ geholfen, weil ich es erst das Auto nehmen wollte und dann gefragt hat, ob es unseres ist. Stehen lassen. Der war auch nett, der Typ. Da rufen wir auf einem geschlossenen Server ein Passwort. Okay, der hat gar nichts. Hi, Dude. Alter, der hatte so einen Bandit-Kopf auf und ich dachte schon, alter, jetzt mein Stündchen geschlagen oder seins. Aber der hatte ja gar nichts im Arm. Leute, ohne nichts schieße ich echt nicht ab. Das ist echt leid. Das ist echt leid.